Ah, die Strecke kenne ich. Ah, die Strecke kenne ich. Hä, die haben wir sogar schon mal gespielt, glaube ich. Nee, die ist auf dem Video. Kenn ich die? Nee, ich hab sie schon mal gespielt. Dann warst du mal online, auf dem Server oder so. Hupala. Für die, die es wissen wollen, Chris war schon mal auf Trackmania Turbo online. Nein, ist nicht wahr. Das halte ich für eine Dreistellüge. Boah, wie ich diese Schrägen hasse. Ich hasse die auch, ich weiß nicht, wie ich die fahren soll. Bremsen. Nee, nicht. Ah, beim Wolf hab ich die Strecke auch noch mal gesehen. Achso, ja. Gut, der fällt ja auch noch. Grüße an Wolf an dieser Stelle, unser Team. War ein komplett geplanter Backflips gerade. Komplett geplant. Also wenn du dadurch kein Speed verlierst. Ich mein, bei Nations Forever kann ich geplante Backflips machen, wenn ich die Strecke gebaut habe. Und er knutscht einfach vor mir die Wand. Ja, ich weiß, ich bin sehr gut. Oh, jetzt hab ich, oh. Alter, ich hab perfekt Backflipping gelegt. Bits war nur zwei Sekunden langsamer, aber das tut ja nicht zur Sache, ne? Boah. Diese eine Tür ist miese. Ich mein, ich hab sie fast drei geschafft, aber... Hä, was für eine Tür? Der Fuck mal zu diesem einen Bogen gang, oder was? Ja, ja. Könnte das mit Controller schon gar nicht mehr. Ich find Controller kann ich viel besser. Hoopala. Gänzt du diesen Moment, wenn du nie die Kante drückst? Gänzt du diesen Moment, wenn du einfach jede Kante mitnimmst, die du findest? Ja. Deswegen hab ich ein Museum mit angegangen. Warum kann man da nicht langfahren? Das wär so geil gewesen. Das ist immer das Beste so. Ich weiß nicht, wo ich langfahre. Warum kann man hier nicht langfahren? Hey, ich weiß noch, wo ich langfahren muss. So geil gemacht, diese Federung hinten drin. Oh. Go. Wow. Ich kann Französisch. Perfekt. Ich will meine Kamera drehen. Es geht nicht. Find ich miese. Ich kann aber zurückgucken. Komm Martin, fahr mal. Wir fahren. Guck mal, da flog der Martin. Hallo Martin. Halt's Maul. Oh. Oh, ich seh den Heli. Oh, ich bin ein Krieg. Oh, ich bin Französisch. Französisch. Oh. Eingeparkt. Hier sind die Ziele. Ich fahr die ganze Zeit an die Ziele weiter. Boah, du hättest sehen, wie ich eingeparkt hab. Das war Zucker. Du musst mal beim Runterfallen nach hinten gucken. Der Fahrer hat so richtige Emotionen. Wie kann man denn nach hinten gucken? Hm. Keine Ahnung, ich mach das mit Pfeiltasse nach hinten. Hui. Hui. Ey, das ist aber cool. Wenn du irgendwo gegen fährst und nach hinten guckst, also wenn du nach hinten guckst, siehst du ja deinen Fahrer. Der wackelt auch so mit dem Kopf. Das ist nicht so, keine Ahnung. Das war aber auch schon beim Alten so. So ein Typ, der einen Stock im Arsch hat. Der hat richtig, der leidet richtig. Der wackelt mit dem Kopf. Hallo David an dieser Stelle. Nice. Ich komm nicht mehr ins Ziel. Ich bin froh, dass meine erste Zeit gut war. Hui. Komm nicht durch den letzten Checkpoint. Und das Ziel komm nicht durch. Herr, wo ist denn der? Noll. Ist der letzte Checkpoint nicht der obendrauf? Ja, der ist obendrauf. Kürzt er immer ab. Woll? Der Trottel den. Kürzt du den da ab? Gute Frage. Dann muss man ja gar nicht bremsen. Ach den meinst du? Ja doch. Ja, jetzt weiß ich auch wieder abkürzt. Wow, just as planned und ins Ziel. Nein. Also die Runde war einfach sick. Sie hat mir zwar nichts gebracht, aber sie war sick. Mann. Immer bei dem Wallride. Es ist voll ungewohnt, dass man eine Kontrolle hat. Naja. Kontrolle würde ich das nicht grad nennen. Ich würde auch dein Leben nicht Kontrolle nennen. Ne, das ist auch nicht kontrolliert. Ich würde auch eins als für die Ordnungshüter nicht Kontrolle nennen. Überlegen wir grad ernsthaft ob RTL Niveau hat. Niveau. Niveau. RTL hat kein Niveau. Fertig. Oh, nur mal die Zeit verbessert. Mua. Zucker. Jetzt kann ich ja wohl sterben. Zucker. Ja. Ich verrückte was ich zielt. Ich verrückte was ich zielt. Für die Stilpunkte. Für die Stilpunkte. Meine Zeit war ja mal so episch kacke. Ich habe einfach den Wallride perfekt genommen. Und bin dann unten links gefahren anstatt nach rechts. Da ist die Wand wieder hoch. Habe mich einmal gedreht und dann bin ich jetzt ins Ziel gefahren. Ha. 29 Punkte. Ha. Schade. Keine 30 mehr. Hauptsache ich bin immer noch da wie Null, weil ich einfach nie fahre. Richtig. Aber trotzdem habe ich dich gefickt bis jetzt. Ja man. Und da ist die Listerine Aufschrift vorne bei mir drauf. Das ist Turbo Boost. Das hat nichts. Ja, aber das hat so voll die Schriftart von Listerine. Weiß nicht wie Listerine aussieht Junge. Ich kenn's halt Listerine. Eine Flasche da ist so blaue Chemikalien drin und dann so ein fetter Schriftzug. Drücke der rechte Stick. Heizmaul ich bin hier gerade Listerine am Klär. Am Klär. Ich klär mir hier gerade Listerine. Ja man. Was? Ähm. Ich bin hier gerade Listerine am Klär. Was läuft? Ja hier. Evolved the center was? Oh. Da war ne Lücke. Bin ich dann vorbei gekommen? Weil ich lesen kann. Wer lesen kann ist klar in Bayern was? Jaaa gut dass ich weiß wo es lang geht. Oben. Im Zweifel immer nach oben. Also was war ja auch so? Ich fahre jetzt einfach nach. Da kommt ein Jutschein. Ah über Pfeiler. Da ist ja noch ein Pfeiler. Das war jetzt gemeint. Ich bin auf dem Dach. Ich bin auf dem Dach gegangen. Ich hab grad gesehen. Und noch immer fährt ein bisschen Ziel gestolpert irgendwie ne? Jaaa. Bis trotzdem schnell als ich. Ist traurig. Ich weiß nicht wie. Er fährt einfach übers Dach ins Ziel. Und ist schnell als ich. Hey was passiert denn wenn ich im Center lande? Ja dann landest du im Center und machst dann so einen tollen Frontfeld wie ich gerade. Ah man da kann mich lang fahren. Ja. Ich habe gerade nicht scheiße gebaut. Ich wollte gucken ob man da lang ist. wegfahren kann. Schnauze jetzt. Er wollte Center. Einzig Rapper. Geist. Und ich mache ein. alles klar meine Kamera steckt in der Wand fest. Alles klar machen das die Rapper auch immer denn alles klar meine Kamera steckt in der Wand fest. Ja. Das machen die immer in ihren Musikvideos deswegen. Und die auch so krass. Dieses Geräusch ist unschön wenn du von 600 km auf 23 innerhalb von einer Sekunde abbremst. Geräusch ist geil. Du weißt ne Geschwindigkeiten hat noch nie jemand. Äh Geschwindigkeiten haben noch nie jemanden getötet. Das Bremsen hat immer Leute getötet. Und das Bremsen ist relativ gefährlich ne? Kommt drauf an wie man bremst. Ich brems ja vernünftig. Ich bremse mit meinem Gesicht. Ich stehe es mir vor. Vor allem wenn du Backlips machst. Er versteht ja keiner. Doch. Du hast doch nur Zuschauer die aus Griechenland kommen. Ja weil alle aus Griechenland wissen was da ist. Ich laden mich schon wieder auf und gedacht das kann doch nicht sein. Ich krieg. Alter wehe du hast deine Zeit verbessert. Guck mal unseren Abstand an. Ich hab mir die Zeit nicht. Deshalb war. 0,04. Jetzt muss ich gerade rechnen. Ich weiß ich hab verkackt aber ich fahr trotzdem weiter. Kenn ich. Kenn ich. So ist mein Leben. Die wievielte Strecke ist das jetzt von uns. Vierte oder dritte? Vierte ne? Der vierte glaube ich. halte ein euro feste ich kann an worte ist mal in 56 mit 3d eigentlich sollte es m4 dd1 sein das war jetzt zu viel für mich hat die runde ist scheiße aber der drifter gut wenn man mikro soll finde ich eingestellt ist dann wird man doch wahrscheinlich auch wenn man stuhl laut ist oder so was ich abgedeckt weil du so geil starten gelegt das war geplant weil mich aber einfach nur gewartet ist gelandet weiter zu fahren ich krieg die erste kurve einfach nicht gescheit gefahren ist bevor den löschen die kurve richtig gescheit gefahren ich versiegt bei diesem spiel ist ja so gut also jetzt mal ehrlich ich finde das ausschlagen der wagen ein bisschen zu bist du schon mal mit 600 km gefahren in die kurve direkt komplett eingelenkt bin ich auf dem dach gelandet du musst mich anbeten dafür habe ich das dach mitgenommen ich habe das dach nicht mitgenommen und war langsamer es ist so traurig aber auch das heißt patience denn ist ich hab keine Zeit mehr ach nee wenn man die ganze Zeit Tapptaste das macht so ein Ding 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 Geräusch wie beim Boxen ja wow ich muss gar nicht überlegen was das bei mir ist ne ich weiß nicht warum ja hier klasse Spiel Leute ich hab dich schon wieder genutzt ich hatte so eine perfekte Zeit und dann kam da so ein Dach ich bekomme immer weniger Punkte für die Welt alter also noch 25 das ist logisch wenn du immer gegen die gleiche Person spielst gefällt mir nicht die Strecke war scheiß ich geh immer äh hey wo ist Geld äh äh das ist moll guck da wieder der Listerine Schriftzug es ist Turbo Boost und das hat ich hab keine Ahnung wie Listerine aussieht also kann ich nichts bezahlen ich google das mal ich hab ich hab leider keinen krassen Editing Skills deswegen würde ich da so solch der Listerine einfügen und dann mach ich Geld von den verlangen weil Product Placement so ganz sneaky Listerine White nein Listerine nein einfach nur Listerine so ne Flasche so ne Flasche Listerine Tatsache ja ich lüge dich schon nicht an ja wir kommen doch nicht viel glück und viel spaß du fort zu glück und viel spaß Listerine lol 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 was passiert da ich hatte gerade einfach nur Standbild alles klar will ich auf der Aufnahme sehen sonst glaub ich dir nicht ich bin ja nicht losgefahren lol lol ich verstehe nicht wo ich lang muss warum gibt es hier wie nennt sich das nannte sich das GPS ach ich muss den Looping fahren nein nein ja die Info hab ich nicht bekommen ja weißt du naja hab ich recht gekreist Chris Cross Die Mauer habe ich nicht mitgenommen Das ist ein Grafikerfehler Wow, ich bin so langsam Ach, warum ist denn Engine Off? Mein Gott Alter, okay, das ist eine Rundenzeit, okay Was? Willst du dich ficken? Nee, kein Bock Schade, dann Spaß Lol Ich hasse Engine Off Ich hasse dich Engine Off bei einer Rundenzeit Das ist so Ins Gesicht Keine Ahnung Wie? Wie, Hans, Peter, Maywald, Achim, der Dritte Mir fängt jetzt kein schlechter Vergleich an Uh, das war zu weit Alter, das Engine Off regt ja schon auf Hi Martin Es war vor allem meine Bestzeit Das ist das Traurige Und ich bin damit erster Bist du nicht Doch Nein Wenn ich sage, du bist nicht erster, dann bist du das nicht, okay Haben wir uns verstanden? Alles klar, ich bin nicht erster Ich bin ja auch nur fünf Sekunden langsamer als du Alter, nach dem Sprung hier Der ist kacke Ich habe gerade den mega geilen Trick gemacht Weil ich bin einfach so, weißt du Nicht nur auf zwei Rädern, ich habe die komplette Breitseite gefahren You know what I mean? Nee, nee Diese Breitseite, da wo eigentlich die zwei Räder sind Nur die dann halt komplett, nicht auf den Reifen, sondern auf den Felgen Achso Ja, das tut den Felgen ganz gut Oh, scheiße Das ist sehr gesund für die habe ich gehört Okay Scheiß drauf, acht Sekunden schneller fahre ich einfach weiter Gut sind jetzt nur noch vier Sekunden Mir ist kackegeil, was für eine Zeit ich fahre, aber ich möchte einfach nur die Geschwindigkeit vom Start mitnehmen Also ich kann da so viel rausholen aus der Strecke, ne Mir ist gerade kackegeil, was für eine Zeit ich fahre, so Alter, ist das miesig Nein Jetzt gucken, ob ich mit 170 ins Ziel kommen kann Ich muss jetzt beten, dass ich noch ins Ziel rolle Ich wollte mit 60 ins Ziel, easy GG 33 40 und ich war schneller Sag 40 Ich mach halt immer einen Fehler, ne Nein, ich bin 24, das ist eine Lüge Ah, die Map wirst du die holen Hahaha Ja, jetzt falle ich jetzt nicht viel Oh, komm, komm Ich will einen Bauchplatscher Äh, Bauch, großbauch Wie kann ich mich da ficken Auf B B? Ach, Kreis Ich kann auch die Tastatur benutzen, so ist das jetzt nicht, ne Ich probiere mal zu cutten Okay Das klappt nicht, weil es keine Checkpoints gibt, aber ich krieg das hin Daraus gibt ein Checkpoint oben im Looping Ist das der einzige, nein, ne Nein, es gibt noch drei andere danach Davor Davor gibt es auch einen Nach so einem Looping Komm, jetzt fahr ich hier hoch Ich bin immer noch in der Kameraeinstellung des Loopings Leute Das war jetzt deine Seite 1 Es gibt keine Seite 2 Lüge mich nicht anstehen Ich bin nur Seite 1 Oh, ich fick 200 Punkte auf der Welt, Junge Die Strecke war gut, weil ich gewonnen habe